Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leichtgemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute zur 22. Folge von Weinverstehen leichtgemacht begrüßen zu dürfen mit dem Titel Weine ohne Schwefelzusatz. Wir machen weiter in dem Themenblock, wie der Winzer die Art des Weines beeinflussen kann und eine Möglichkeit ist eben auch auf das weit verbreitete Konservierungsmittel Schwefel zu verzichten. Was das genau ist und warum er es reinmacht oder weglassen möchte, komme ich dann gleich in dem Theorieblock zu sprechen. Aus erstes möchte ich aber beginnen, wie versprochen, mit der Auflösung des letzten Preisausschreibens. Zunächst möchte ich mich mal für die zahlreichen Rückmeldungen bedanken. Ich hatte ja ein Pop-up geschaltet auf meiner neuen Homepage, das hat Wunder gewirkt. Daraufhin haben sich dann deutlich mehr Leute bei mir gemeldet mit Antworten. Vielen Dank dafür also. Und ich muss auch feststellen, dass nicht allzu viele richtige Antworten da waren. Ich bin dann auch in mich gegangen, ob der Schwierigkeitsgrad vielleicht ein bisschen zu hoch war. Aber um ehrlich zu sein, möchte ich es vielleicht bei diesem Schwierigkeitsgrad belassen, weil so hat sich derjenige, der es dann richtig nachgeschlagen hat oder vielleicht sogar von sich aus gewusst hat, auch den Preis wirklich verdient. Und ich freue mich sehr, dass ich Isa Biglick wünschen darf, eine deutsche Hörerin, die sich gerade in Chile befindet. Das freut mich aus zwei Gründen besonders. Zum einen natürlich, dass mein Podcast international gehört wird und zum anderen, dass eine Frau gewonnen hat. Ich habe nämlich die Hörerstatistiken mir mal etwas genauer angesehen und musste feststellen, dass 90 Prozent meiner Hörer männlich sind. Und das finde ich ein bisschen unausgewogen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und umso mehr freue ich mich, dass die Frauen, die bei mir zuhören, dann auch noch gewinnen. Mich würde vielleicht an der Stelle mal interessieren von euch, liebe weiblichen Hörerinnen, warum ihr den Podcast von mir hört und warum ihr beispielsweise annehmt, warum so wenig Frauen sich vielleicht für Wein interessieren oder etwas spezieller vielleicht keine Podcasts hören oder vielleicht gerade meinen Podcast nicht hören. Und da würde ich mich sehr freuen, von euch, liebe Hörerinnen, Feedback zu bekommen, weil mein Ziel ist eigentlich schon, die Frauen genauso anzusprechen wie die Männer. Und da bin ich dann gern auch zur konstruktiven Kritik bereit, wie man vielleicht den Podcast noch ein bisschen weiblicher gestalten kann oder zumindest von der Ansprache her interessanter für Frauen machen kann. Also, liebe Isa, dir herzlichen Glückwunsch zum Gewinnen. Ich schreibe dich dann gleich nochmal an und frage dich nach deiner deutschen Adresse, wo ich dir dann dein Gewinn in Form des Karaffenreinigers und einer Grundausstattung zur Weinverkostung schicken kann. Das nächste Preisausschreiben werde ich dann in Folge 24 bekannt geben und dann im Mitte des Sommers wird es ja dann schon sein, wieder die Auflösung bekannt geben. Ja, die richtige Antwort wäre jedenfalls gewesen, vin schon, auf Deutsch Gelbwein. Das ist in der Tat eine Spezialität aus dem Jura, einem Anbaugebiet in Frankreich. Manche Hörer hatten aus Antwort auch Jura geschrieben. Jetzt ist es leider so, dass im Jura natürlich noch auch andere Weine gemacht werden und somit konnte ich oder wollte ich vielmehr nur die Antworten berücksichtigen, die auch tatsächlich Vin schon geschrieben hatten. Ja, er schmeckt sehr ähnlich wie ein Finucherry. Ich hatte mir mal das Vergnügen gegönnt, mir eine Flasche zu kaufen. Der Wein ist leider relativ teuer, für ein bisschen mehr wie einen halben Liter muss man gut und gerne 30 bis 50 Euro ausgeben. Aber es ist natürlich eine sehr traditionsreiche Spezialität und im Rahmen der systematischen Auseinandersetzung mit dem Thema Wein, finde ich, muss man diese Spezialitäten auch mal probiert haben. Geschmacklich erinnert er eben sehr stark an Finucherry. Die Rebsorte, die dort verwendet wird, ist Sauvignon. Und der große Unterschied ist, dass Vinchon eben nicht aufgesprittet wird im Kontrast zu Finucherry. Der Wein muss nach der Gärung noch für mindestens 75 Monate im Holzfass liegen, was dazu führt, dass der Wein eben ein oxidierter Wein ist und deswegen auch so kräftig in der Farbe ist. Und durch diesen oxidativen Ausbauprozess, ähnlich wie bei Madeira, ergibt sich auch eine sehr gute Haltbarkeit. Und das ist auch wieder die Überschneidung mit unserem heutigen Thema Schwefelzusatz, wo es eben letzten Endes auch um die Haltbarkeitmachung von Wein geht. Eine interessante Posse im Bezug auf Gelbwein oder Vinchon aus dem Jura ist die Flaschengröße. Man hört es ja immer wieder, dass die EU einen kleinen Regulierungswahn hat. Hier auch im Thema Wein natürlich. Und zwar wurde festgelegt, welche Flaschengrößen es in Europa geben darf. Das ist strikt reglementiert, um vermeintlich den Verbraucher vor Schindluder zu schützen, um eben Gebindegrößen vergleichbar zu halten. Die Idee finde ich auch grundsätzlich ganz gut. Ich finde es nur immer ein bisschen übertrieben, wenn jahrzehnte oder jahrhundertelange Traditionen, neuen Regelungen quasi unterworfen werden und damit zum Sterben verurteilt werden. Es ist nämlich so, dass Wein schon ganz traditionell in 620 Milliliter Flaschen verkauft wird und diese Flaschengröße eben nicht der europäischen Norm entspricht. Und hier, wie so oft an anderen Stellen auch, hat sich dann die EU entschieden, aus Traditionsgründen die Normierung auf nur diesen Wein in ganz Europa nicht anzuwenden. Also das ist der einzige Wein, der in dieser Gebindegröße von 620 Milliliter verkauft werden darf. Dann möchte ich noch kurz, bevor wir mit dem Thema an sich anfangen, noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass auf meiner Seite jetzt auch ein Facebook-Messenger-Plugin installiert ist. Das heißt, ihr habt auf meiner Seite ganz einfach die Möglichkeit, mit mir direkt in Kontakt zu treten. Das wurde auch schon einige Male gemacht. Und ich freue mich darüber, euch jetzt eine Möglichkeit bereitzustellen, mit mir direkt und einfach unkompliziert in Kontakt zu treten. Und den Weg könnt ihr natürlich auch gerne für eure Hörerfragen, Anregungen, Feedback etc. verwenden. Dann möchte ich noch für meine regionalen Hörer darauf hinweisen, dass am 26.04., das ist ein Sonntag, bei der VHS in Freising ein Wein-Seminar von mir stattfindet, Weißwein und Schaumwein, passend zum Sommerbeginn. Dort wären auch noch Plätze frei. Und wer möchte, kann sich dort eben noch ganz gerne anmelden. Ein nächster Hinweis, ich möchte euch noch mitteilen oder noch mal darauf hinweisen, dass auf meiner Seite auch ein Webshop jetzt zu finden ist und ihr dort die besprochenen und verkosteten Weine bei mir beziehen könnt. Das ist mehr oder weniger der Selbstkostenpreis. Ich möchte mich daran gar nicht groß bereichern. Das ist in meinem Verkauf sowieso eher schwierig. Und es wird jetzt auch in Zukunft so sein, dass ich die Weine nicht im Nachhinein dort erst rein stelle, sondern auch im Vorhinein. Da komme ich aber dann noch mal zusprechend auf, wenn ich euch die Weine für die nächsten Episoden vorstelle. Und ich hatte auch noch das Feedback bekommen, und das möchte ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass sich manche, ich möchte jetzt nicht sagen beschwert, aber darauf hingewiesen haben, dass die Tonqualität bei den Interviews der letzten beiden Male so schlecht ist. Ich habe eine neue technische Lösung gefunden für die Aufnahme der Interviews. Da bin ich dann mal gespannt, ob sich das auszeichnet und eine starke Verbesserung damit sich bringt. Und ich bin auch noch mal die technischen Anleitungen durchgegangen, habe mich mit Aufnahmeexperten abgesprochen, was an den Einstellungen etc. falsch sein soll. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ihr trotz der mäßigen Audioqualität euch die Sachen angehört habt. Und ich gelobe, Besserung an der Stelle. Gut, dann würde ich sagen, starten wir schon mit den drei Key Facts dieser Episode. Die drei Key Facts dieser Woche zum Thema Schwefelzusatz im Wein sind wie folgt. Erstens, der Zusatz von Schwefel in Wein ist kennzeichnungspflichtig nach der Weinmarktorganisationsdurchführungsverordnung VO EU 253 aus dem Jahr 2002. Und zwei, deswegen findet ihr auf den meisten Flaschen den kleinen Hinweis, enthält Sulfide. Sulfide wirken antibakteriell und antioxidativ, sodass sich die Zugabe von Schwefel im Wein positiv auf die Lagerfähigkeit auswirkt. Und drittens, die Zugabe des Schwefels erfolgt normalerweise gasförmig als Schwefeldioxid oder als Pulver in Form von Kaliumdisulfid. Zunächst mal möchte ich vielleicht auf die Frage eingehen, was Schwefel überhaupt im Wein zu suchen hat. Das Schwefeln von Lebensmitteln ist eigentlich eine uralte Tradition oder Methode, die schon seit Menschengedenken eingesetzt wurde. Früher in der Antike hat man dazu in Fässern Schwefel verbrannt, weil man festgestellt hat, dass in geschwefelten Lagerbehältern die Lebensmittel deutlich länger haltbar sind, was natürlich mangels technischen Einrichtungen wie Kühlung, Sauerstoffausschluss oder eben auch Hygiene in den Produktionsprozessen noch nicht den heutigen Standard entsprochen haben, sodass die bakterielle Belastung oder die Belastung mit Keimen in den Lebensmitteln viel, viel höher war früher wie heutzutage und somit eine haltbare Machung der Lebensmittel von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Regionen, wo das Wetter oder Klima dem Verfall oder dem Verfaulen von Lebensmitteln sehr dienlich war und damit natürlich auch die Lebensgrundlage insbesondere im Winter sehr eingeschränkt war und insofern war man sehr froh darüber, Lebensmittel haltbarer mithilfe des Schwefels zu machen. Leider ist es so, dass etliche Menschen eine gewisse Überempfindlichkeit gegenüber Schwefelverbindungen haben. Das ist auch der Grund, warum es eine Kennzeichnungspflicht, wie eben in den Key Facts erwähnt, gibt für Wein, damit Leute, die unter dieser Überempfindlichkeit leiden, die Chance haben, auf Lebensmittel zu verzichten, wo eben zusätzlich Schwefel hinzugefügt wurde und diese Überempfindlichkeit drückt sich in vielen Fällen dann durch Kopfschmerzen oder migräneartigen Schmerzen aus und deswegen hält sich auch das Gerücht meiner Meinung nach besonders hartknäckig, dass man auf Wein, insbesondere Rotwein, gerne Kopfweh bekommt. Wenn ich in Seminaren darauf angesprochen werde, ist meine nicht ganz ernst gemeinte Antwort meistens, dass es hauptsächlich mit der Menge des getrunkenen Weins zu tun hat, ob man Kopfweh bekommt oder nicht. Der Grund ist aber durchaus ernsthaft, weil man muss einfach sagen, dass die eingesetzte Schwefelmenge grundsätzlich heutzutage um Größenordnungen geringer ist wie vielleicht sogar vor 60, 70 Jahren. Genau aus den Gründen, die ich eingangs erwähnt habe, weil auch bei uns in Mitteleuropa die Hygiene in den Weinkellern extrem verbessert wurde, damit die Keimbelastung herunterging und man somit bei der Herstellung von Wein heutzutage durch weniger Antioxidationsmittel bzw. Konservierungsmittel auskommt. Das führt letzten Endes dazu, dass im Wein, auch im geschwefelten Wein, nicht mehr so viel Schwefel drin ist, dass es dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass so viele Leute Kopfschmerzen vom Weingenuss bekommen. Ich denke, das ist zum Teil eine Kopfsache im wahrsten Sinne des Wortes, aber natürlich sind insbesondere im Rotwein noch andere Histamine enthalten, die beim einen oder anderen dann für diese Beschwerden zuständig sind oder verantwortlich sind. Aber man muss ganz klar sagen, dass zum Beispiel in getrockneten Früchten viel, viel mehr, auch hier um Größenordnungen, mehr Schwefel enthalten ist wie in Wein. Wie wirkt der Schwefel im Wein? Zunächst mal unterbindet er die Oxidation des Weines und verhindert mikrobiologische Vorgänge im Wein. Der Wein ist somit haltbarer gemacht worden und es gibt gerade in der Naturweinszene oder in der biodynamischen Szene den Trend auf Schwefelzusatz zu verzichten, weil aus, ich sage jetzt mal aus Überzeugung heraus, die Leute einfach sagen, wir möchten den Wein so naturnah gestalten, wie es irgendwie möglich ist. Und dazu zählt eben auch, dass der Wein nicht verändert werden soll beziehungsweise die natürlichen Prozesse im Wein nicht unterbunden werden sollen und somit ein noch naturnaheres Produkt entstehen kann. Ein weiterer Vorteil des Schwefelzusatzes ist eben auch, dass keine Nachgärung stattfindet. Bei manchen Weinen, die Restzucker enthalten oder etwas mehr Restzucker enthalten und die Hefe nicht vollständig entfernt worden ist durch Filtration, hatte man auch immer das Problem noch, dass Nachgärung entstehen kann und somit auch es zum ein oder anderen Platzen der Flasche kam. Wie viel Schwefel zugesetzt werden darf, ist abhängig, ist zunächst mal gesetzlich reglementiert und abhängig davon, wie viel Zucker in dem Wein noch mit drin ist. Aber es gibt nicht nur die gesetzlichen Auflagen, wie viel Schwefel überhaupt maximal drin sein darf, sondern auch weitere Kriterien, wie zum Beispiel der Lesezeitpunkt, ob es sich um ein Rot- oder Weißwein handelt, aber auch über die Qualität des Lesegutes bestimmt maßgeblich, wie viel Wein benötigt wird, um ihn zu stabilisieren. Das Weglassen von Schwefel, wie gesagt, führt eben dazu, dass die natürlichen Prozesse nicht unterbunden werden und damit Nebenprodukte im Wein entstehen können unter Ausschluss von Schwefel, die normalerweise dort nicht zu finden sind. Das führt dann letzten Endes dazu, dass nicht geschwefelter Wein im Einzelfall sehr anders oder sehr extrem schmecken kann. Ich bin jetzt selber sehr gespannt, wie stark dieser Effekt bei den von mir ausgesuchten Weinen ausgeprägt ist. Aber auch hier gilt, ähnliches wie vorhin angekündigt oder erwähnt bei unserem Wein schon vom Preis ausschreiben. Die Weine gehören zur Bandbreite der verfügbaren Weinstiele. Ich finde das auch immer spannend, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Der Effekt mag unterschiedlich stark ausfallen, aber man muss einfach auch wissen, dass diese Weine diesen besonderen Geschmack haben und dass es sich dann in diesem Fall eben auch nicht um einen Weinfehler handelt. Ja, dann würde ich sagen, genug der einleitenden Worte und wir starten mit der Verkostung. So, liebe Weinfreunde, dann kommen wir jetzt zur Verkostung. Jetzt sind ja schon wieder fast 20 Minuten vorbei. Ja, ihr könnt ja von den Kapitelmarken Gebrauch machen, wenn euch das Vorgeblänkeln, mein Gelaber, zu viel wird. Dann springt einfach an die jeweilige Stelle in den Shownotes. Auf meiner Webpage findet ihr auch die Kapitel. Ja, vorneweg vielleicht nochmal der Hinweis auf meinen Webshop. Dort findet ihr die beiden Weine, möglicherweise mit einem neueren Jahrgang, wenn der von mir verkostete Jahrgang nicht mal zur Verfügung steht. Und zur Vorbereitung heute würde ich sagen, reicht ein Glas. Der erste ist ja ein Weißwein, das heißt, er kommt wieder aus dem Kühlschrank. Und der zweite, den roten, den habe ich ganz normal bei Zimmertemperatur. Er braucht wieder eine weiße Unterlage, vielleicht den Spickzettel meiner Verkostungsnotiz. Und ich habe mich jetzt entschieden, für alle, die auf meiner Homepage sich für den Newsletter registrieren, beziehungsweise sich dort als Benutzer, als Mitglied registrieren, stehen die Downloads, die kostenlosen Downloads, dann automatisch zur Verfügung. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Weißwein an und schauen uns wie immer zunächst mal die Flasche an. Ja, was mir als erstes auffällt, ist zunächst mal das Fehlen einer Metall- oder Aluminiumkapsel. Wir haben hier oben nur ein Wachssiegel, eine Wachskapsel. Ja, das war früher gang und gäbe. Heute findet man es eher im ganz hochpreisigen Segment oder in der Naturweinszene ist es nach wie vor auch ganz gern genommen. Ich bin oft nicht ganz so glücklich drüber, weil es einfach ein bisschen eine größere Sauerei ist, weil wenn das Wachs etwas älter ist, dann ist es doch eine ziemlich bröselige Angelegenheit. Das Etikett vorne verrät schon das Wesentliche. Der Wein ist ja aus Spanien, ein Verdejo, das ist die Rebsorte. Unten drunter steht noch Natural. Das heißt dann, ja, es soll darauf hinweisen, dass es ein Naturwein ist. Made by Nature steht nochmal weiter drunter. Und bei Menade, das ist dann wohl der Hersteller. Ja, aus Ursprungsbezeichnung haben wir auf dem Rücken Etikett stehen Vino de la Terra de Castilla y León. Das heißt, nach den europäischen Regeln der Ursprungsbezeichnung handelt es sich hierbei um einen Landwein aus Spanien, eben in der Nähe von Valladolid. Und das heißt, wir sind etwas westlich von dem bekannten Anbaugebiet Rioja. Der Wein soll 12,5 Prozent haben. Das ist, sage ich mal, für spanische Weißweine vielleicht eher unterm Durchschnitt. Aber Weine, die in Anführungszeichen natürlich erzeugt werden und angebaut werden, ist es tendenziell so, dass die Alkoholgehalte eher ein bisschen geringer ausfallen. Und der Wein ist auch als vegan bezeichnet, als glutenfrei. Und es wird hier eben auch auf allergenfrei bezogen. Also man merkt schon, die Ansprache ist auf eine ökologisch-gesundheitlich ausgerichtete Zielgruppe fokussiert. Vegan, wie kann ein Wein vegan sein? Ich hatte es schon mal, glaube ich, erwähnt. In der Weinherstellung kommen verschiedene Klärungsverfahren zum Einsatz, damit der Wein keine Trübstoffe und Verunreinigungen mehr hat. Und zum Teil wird dort eben Ei-Klar, also Eiweiß. Oder auch in Gebieten, wo viel Fischfang betrieben wird, wie in Neuseeland, zum Beispiel auch Fischgalle verwendet. Und da es sich dabei um tierische Produkte handelt, sind einige Weine im normalen Herstellungsprozess, wenn man das so sagen möchte, eben nicht vegan. Aber wenn ich eben einen Naturwein erzeugen möchte, der biologisch angebaut ist, wie auch auf dem Rückenetikett erwähnt ist, dann denke ich, ist es durchaus konsequent, vielleicht auch den nächsten Schritt noch zu gehen, um den Wein dann als vegan zu bezeichnen. Also der Eindruck soll einfach entstehen hier, es ist ein Naturprodukt, was biologisch nachhaltig hergestellt ist und für Veganer und allergensensible Leute geeignet. Ja, und ich denke, wenn man jetzt bei uns zum Beispiel in Bioläden geht, dann, die führen ja meistens auch Weine oder haben ein eigenes Weinsortiment, dann findet man dort solche Weine und die Kundschaft dort kauft diese Weine auch so. Und mir geht es ja heute eigentlich darum, um euch zu zeigen, zum einen wie schwefelfreie Weine schmecken, dass es diese Herstellungsmethode an sich gibt und natürlich auch, ja, welche Weine oder welche Kunden diese Weine eben ansprechen wollen. Ich persönlich finde die Flasche vom Etikett her sehr schön gemacht und was gibt es sonst noch zum Sagen? Eigentlich nicht mehr viel. 2017 glaube ich, habe ich nur nicht erwähnt. Dann würde ich sagen, machen wir die Flasche einfach mal auf. Schauen wir mal, wie mir das in dem Fall gelingt. Währenddessen erzähle ich euch vielleicht noch was zu der Rebsorte. Ja, Verdecho ist eigentlich eine kleine Nischenrebsorte, die lange Zeit in Vergessenheit geraten ist und eigentlich eben nur in dem erwähnten Gebiet angebaut wird, in Kastilien und Roeda hauptsächlich. und früher eben auch stark oxidierte Weine. Gehen wir hier schon wieder ins Sherry-artige. Und hier schließt sich auch der Kreis. Das finde ich das Schöne jetzt mittlerweile bei Episode 22, dass wir langsam mit Querverweisen arbeiten können und vielleicht langsam für meine treuesten Zuhörer sich auch ein Gesamtbild langsam abzeichnet, wie die Weinwelt funktioniert oder welche Zusammenhänge es gibt. Es war nämlich der berühmte französische Professor Émile Penault, der ja der Autor war des letzten Buches, was ich euch empfohlen habe, wo ich eben auch erwähnt hatte, dass Penault sich mit neuen Herstellungstechniken beschäftigt hat und die Hohe Schule des Weinkenners hieß ja das Buch, wie gesagt, über den Amazon Affiliate Link zu beziehen. Der hat der Traube Verdecho sozusagen neues Leben eingehaucht, indem das die neuen Produktionsmethoden, sprich der Versuch, das Lesegut mit möglichst wenig Sauerstoff in Kontakt zu bringen, eine ganz neue Frische und Stilistik dieser Rebsorte verpasst hat und deswegen ist der Wein heute auch dazu geeignet, trockene, frische Weißweine zu machen, die einen nussig-cremigen Charakter haben sollen, der sich dann nach einem gewissen Flaschenlager entwickelt. Das ist jetzt das Spannende hier, weil wir ja eben kein Schwefel hier drin haben und damit grundsätzlich die Lagerfähigkeit, die Haltbarkeit kürzer ausfallen sollte in der Theorie beziehungsweise die Reifung etwas anders verlaufen soll. Dann schauen wir mal, was der Wein kann. Also der Korken, der riecht noch ganz normal. Es ist ja auch ein junger Wein, jetzt 2017. Ja, von der Farbe her fangen wir wieder ganz normal an. Von der Farbe her ist es meiner Meinung nach ein überraschend helles Gelb. Der Wein ist total klar, brillant. Das heißt, er wurde bestimmt gefiltert und es ist ein mittleres Goldgelb, würde ich sagen. Und der wässrige Rand ist doch vorhanden. Es liegt wieder hier an der Uhrzeit meiner Aufzeichnung, dass ich hier wieder mittelmäßige Lichtverhältnisse habe. Aber der weiße Rand, oder der wässrige Rand ist durchaus ausgeprägt. So, und jetzt kommt der Spannende. Jetzt riechen wir mal in den Wein rein. Ja, und das ist jetzt genau das Typische für schwefelfreie Weine. Zum einen kommt die Frucht sehr zurückhaltend daher. Der Wein an sich hat eine etwas, wie soll ich sagen, vielleicht eine modrige Note. Man könnte es auch für einen Weinfehler halten, wie gesagt. Geht vielleicht sogar in Richtung Böxer. Das wäre jetzt ein klassischer Weinfehler. Ist aber ja genau das Gegenteil von dem, was der Wein ist, nämlich schwefelfrei. Aber das ist jetzt eben genau die Art und Weise, wie sich Wein ohne Schwefel entwickelt. Ich schwenke den Wein jetzt mal und ihm ein bisschen Sauerstoffkontakt zu versetzen. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Es ist eben was ganz anderes, was man sonst immer im Glas hat. Das ist eben nicht diese technisch fehlerfreie, makellose, fast schon synthetisch wirkende Fruchtbombe, wie man es manchmal im Glas hat. Hier ist eben tatsächlich, finde ich, man riechte es fast schon, dass es eben erdiger ist, natürlicher, naturnah. Es spricht für, ja, er entwickelt sich auch an der Luft, spricht eben dafür, dass bei der ganzen Herstellung versucht wurde, den technischen, chemischen Einsatz so weit wie möglich zurückzuführen. Und das führt dann eben dazu, dass der Natur ein bisschen mehr freien Lauf gelassen wird. Damit entstehen mehr Nebenprodukte, damit entsteht mehr Sauerstoffkontakt. Der Wein reift eben anders. Es entstehen andersartige Stoffwechselprodukte, weil die Bakterien und Keime im Wein anders arbeiten können. Ja, und nach ein bisschen Sauerstoffkontakt, ich überlege mir gerade, ob das nicht ein typischer Weißwein wäre, den man vielleicht vor der Verkostung, vor dem Trinken durchaus karavieren kann, eine halbe Stunde, um ihn einfach diesen ersten Flaschenstinker, wie es manchmal genannt wird, das ist bei Weinen, die, ja, eigentlich bei Weinen, die reduktiv ausgebaut worden sind, extrem reduktiv, also unter möglichst wenig Sauerstoffkontakt, die entwickeln da manchmal beim Öffnen so unangenehme Gerüche, das ist dann der Flaschenstinker und mit ein bisschen Belüftung legt sich das auch relativ schnell, aber dieser Wein braucht einfach definitiv etwas Sauerstoffkontakt zum Durchlüften. Ja, und wenn man es fleißig schwenkt, das Glas, dann kommen auch die Fruchtnoten ein bisschen stärker durch, da kommen jetzt leichte Zitronenaromaten dazu und nussig kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal bestätigen, es ist vielleicht so eine grüne Walnuss, vielleicht ein bisschen Haselnuss mit dabei und dann würde ich sagen, probieren wir mal den Wein also auch im Mund keine wirkliche Fruchtbombe vom Körper würde ich sagen ist eher auf der leichten Seite geringe Viskosität ein eher leichter Wein die Frucht ist zurückhaltend ich würde jetzt hier aber mehr auf Limette tippen, weil es doch ziemlich herbe Noten sind, man kann sich vielleicht sogar ein bisschen grüne Paprika einbilden aber Nussig kommt hier auch durch mich erinnert an so ein bisschen Walnusslikör eine Cremigkeit merke ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht der Wein kommt mir eher leicht vor leichter Körper und streicht natürlich den geringen Alkoholgehalt die Länge ist so eher auf der kurzen Seite ein bisschen Nachhall gibt es schon nichts desto trotz hat der Wein einen gewissen Trinkfluss also ich finde schon dass er Spaß macht zum Trinken ist definitiv Weinig aber es sind jetzt nicht ganz ja wie sagte man mal fokussierte präzise Fruchtaromen das ist jetzt kein Blumenstrauß an Fruchtigkeit es ist ein Weiniger Wein also Weinig mein klassisch im ganz ursprünglichen Sinn einen Weinigen Geschmack damit meint man einfach die Aromen die halt eine Weintraube wie man sie auch isst mitbringt eher auf der herben Seite Limetten ist für mich immer so mit einer frischen Säure aber einer ausgeprägten Herbigkeit mit einer herben Note da denke ich immer in erster Linie an Limetten also es ist so ein bisschen der Walnusslikör mit Limetten versetzt und das Ganze in einer in einen leichten Körper eingefasst mit einer knackigen Säure und ein etwas kurzen Abgang aber ich würde sagen insgesamt merkt man schon der Wein lässt sich nicht ohne weiteres in die Standard Kategorien fassen man schmeckt einfach es ist ein ganz eigener Stil der dem das Klassen des Schwefels zu verdanken ist ich finde den Wein durchaus lecker ich kann mir ihn auch als Standalone ganz gut vorstellen aber aus Essensbegleiter zu Tapas macht er sicherlich ein sehr gutes Bild weil einfach er schon eine gewisse Intensität der Aromen mitbringt auch wenn sie etwas verwaschener sind und nicht so fokussiert aber wenn man dieses Spezielle was eben der Verzicht auf Schwefel immer mit sich bringt sich mal eingetrunken daran gewöhnt hat vielleicht es auch mag nach einer gewissen Einarbeitungszeit da würde ich sagen ist dessen Wein der ziemlich typisch daherkommt für ein Weißwein wo auf Schwefel eben verzichtet worden ist und es ist ein biologisches nachhaltiges Produkt eben auch für Veganer geeignet und wer eben Probleme hat mit Histamine wo eine Überempfindlichkeit gegenüber Schwefel hat finde ich findet hier in diesem Wein einen ganz leckeren Vertreter und für das Geld ist denke ich der Wein auf jeden Fall ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Den Wein könnt ihr bei mir im Webshop auf Weinpodcast.de slash Shop oder über die Menüleiste bei mir im Webshop für 15 Euro zuzüglich Versandkosten beziehen gut gut dann schauen wir uns noch einen roten Vertreter von nicht geschwefelten Weinen an schauen uns erstmal wieder die Flasche an hier haben wir eine ganz normale Metallkapsel diesmal mit Schraubverschluss auf das Thema sind wir ja schon in einigen Episoden eingegangen das Etikett ich würde es fast als ja typisch spanisch bezeichnen in dem Sinn dass mir seit längerem schon aufgefallen ist dass spanische Hersteller oft sehr kreative künstlerische Etiketten auf den Einstiegsweinen verwenden grundsätzlich ist es natürlich nicht möglich eine eins zu eins Korrelation zwischen Etikett und Wein Qualität herzustellen gefühlt würde ich sagen ist es so je aufwendiger das Etikett designt ist desto eher mangelt es meiner Meinung nach oft an der Qualität des Weines der Fokus liegt jetzt hier dann bei diesen Weinen oft bei auf der Auffälligkeit des Etiketts um im Laden ins Auge zu stechen auch eine Marketing Strategie bei mir funktioniert es leider nicht aber dieses Etikett ist durchaus schön anzusehen es verrät uns auch gleich die Trebsorte wir haben hier Tempranillo und der Hersteller ist Parachimenez und das Ganze ist aus Organic Wine bezeichnet und man sieht auch noch das Logo von Demeter und somit ist es auch ein biodynamischer Wein was das ist gehen wir dann eben auf der übernächsten Folge ein und es steht eben auch noch drauf ohne Sulfid Zusatz Auf der Rückseite ist zunächst der Jahrgang erwähnt 2018 also auch ein relativ junger Wein auch hier nochmal ohne Zusatz von Sulfiden und der Wein ist ebenfalls wieder vegan also auch hier steht dieselbe Zielgruppe im Fokus und das Ganze ist auch nach EU ECO zertifiziert Tempranillo an sich ist ja die Flagship Rebsorte Spaniens die Weine an sich zeichnen sich ja durch kräftige aber samtige Tannine aus sodass Tempranillo Weine im Gegensatz zu Bordeaux Weinen schon schneller genussreif sind schneller in ihrem Trinkfenster ankommen und sich durch eine höhere Fruchtigkeit auszeichnen aber auch durchaus kräftige Weine und ja Alkoholgehalt in aller Regel so von 13% haben also hier auch wieder ein bisschen unterm Durchschnitt jetzt schauen wir mal wie der Tempranillo ohne Schwefel funktioniert wie gesagt Schraubverschluss meine Meinung dazu kennt ihr ja so ja was mir als erstes auffällt ist die sehr helle Farbe des Weines sehr transparent ich würde es vielleicht unter den fortgeschrittenen Weintrinkern unter euch vielleicht sogar als Spätburgunder artig beschreiben also sehr schwaches rot sehr transparent keinen dunklen Kern und natürlich auch dieser Wein ist wieder absolut klar ohne Trübstoffe das heißt der Wein wurde auch gefiltert aber eben ohne tierische Hilfsprodukte und der wässrige Rand ist so gut wie gar nicht ausgeprägt so dann riechen wir mal rein ja hier ist auf jeden Fall deutlich mehr Frucht vorhanden wir haben Waldbeeren rote Waldbeeren auch ein bisschen was Marmeladiges vielleicht bisschen Pflaume Maulbeer kann ich mir noch reindenken dann schwenkt man mal das Glas ach ja und wenn man es schwenkt dann kommt für mich wieder der typische Geruch eines spefelfreien Weines hervor auch hier haben wir den natürlichen Duft eines spefelfreien Weins diese leicht muffige staubige Note das ist auch nicht unüblich von der Richtung her für biodynamische Wein und hier haben wir es ja vielleicht sind es auch zwei Effekte die sich dann in dem Wein jetzt gegenseitig verstärken aber auf jeden Fall würde ich jetzt schon beim reinriechen darauf tippen dass es entweder ein biodynamiker ist oder eben spefelfrei und in dem Fall würde mir der Wein den Gefallen machen mir auf jeden Fall recht zu geben gut dann probieren wir mal also auch dieser Wein ist ist untypisch leicht vom Mund Gefühl her ein leichter Körper kennt man so von Tempranillo eigentlich fast nicht der geringe Alkoholgehalt macht natürlich auch diese Dünnflüssigkeit diese niedrige Viskosität aus und Alkohol verstärkt eigentlich immer das Körpergefühl das heißt hier unterstreicht wird diese Leichtigkeit nochmal unterstrichen der Wein bringt auf jeden Fall mehr Fruchtigkeit mit wie unser Weißwein heute das liegt mit Sicherheit an der Rebsorte weil Tempranillo einfach von Haus aus viel Frucht mitbringt die Tannine finde ich hier sehr zurückhaltend man merkt es ein bisschen im Abgang dass ein bisschen trockenes Mundgefühl bleibt das heißt Tannine sind schon vorhanden aber wenig auffällig eher feinkörnig samtig und auch eher das ist vielleicht noch das typischere hier vom Tempranillo ja zu den Fruchtaromen würde ich sagen kommt auch noch ein bisschen Komplexität durch den Holzfass Ausbau dazu ich würde trotz allem sagen dass der Wein auch im Holzfass gereift worden ist die haben ja hier leider keine Ursprungsbezeichnung oder Qualitätsstufe nach dem spanischen Weingesetz erwähnt auf dem Etikett aber ein bisschen Holz Ausbau ein bisschen Barrikfass schmeckt man hier schon noch aber es kommt eben auch noch diese nennen wir es mal bleiben wir dabei bei dieser leichten Muffigkeit die einfach der Schwiergel Verzicht mit sich bringt die Länge ist auch hier mittelmäßig oder vielleicht eher auf der kurzen Seite was mich dazu bringt dass der Wein ein als Abschluss Resümee quasi ja ein leichter farbschwacher Rotwein ist der sich vielleicht sogar leicht gekühlt trinken lässt und somit durchaus als Sommerwein durchgehen kann eine schöne Mischung aus Holzfassaromen Fruchtaromen und eben die besondere Note des Schwefel Verzichts beziehungsweise insgesamt würde ich schon mir zutrauen zu sagen dass man hier die typischen Merkmale von biodynamisch erzeugten Weinen hat mir gefällt er auch insgesamt ganz gut die Länge ist natürlich ja als Qualitätsmarker merkt man natürlich schon dass es hier ein bisschen an Länge und auch an Komplexität fehlt aber der Wein ist auch bei mir im Webshop für 8 Euro zu beziehen und ich muss einfach sagen für das Geld habe ich schon deutlich schlechteres getrunken auch hier ein Wein der versucht seine Zielgruppe anzusprechen mit den selben Markern wie unser Weißwein und ich denke für die 8 Euro bekommt man hier einen sehr ordentlichen Rotwein leichten Rotwein der untypisch ausfällt für seine Herkunft und Rebsorte die speziellen Geschmacksprofile zeigt für spefelfreie Weine und vielleicht auch dynamisch biodynamisch erzeugte Weine aber für seine 8 Euro einfach ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis hat und einfach ein guter Vertreter seiner Nische ist wie immer würde es mich freuen wenn ihr mich wissen lasst wie euch die Weine geschmeckt haben und wir in eine Diskussion eintreten könnt was ihr davon haltet dass man Weine ohne Schwefel herstellt die Buchempfehlung dieser Woche ist mal wieder ein etwas übergeordnetes Buch möchte ich mal sagen und zwar möchte ich euch das Buch oder das kleine Buch vom Riechen und Schmecken von Hans Hatt ans Herz legen ja ist jetzt nicht unbedingt ein dezidiertes Weinbuch aber in diesem Buch wird eben das Riechen an sich beschrieben und behandelt und damit natürlich legt es sozusagen die Grundlagen für die systematische mehr oder weniger professionelle Verkostung von Wein weil es eben um unseren Geruchssinn der Aufnahme der Aromen des Abspeicherns der Aromen in unserem Gehirn die Erinnerung und letzten Endes eben auch um die Formulierung der Sinneseindrücke der abgespeicherten Aromen Aromen geht das Buch ist über den Amazon Affiliate Link auf meiner Homepage oder in den Shownotes bei Amazon für 16 Euro als gebundene Ausgabe zu bestellen ist 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 im Jahr 2012 erschienen hat 224 Seiten und behandelt eben das Riechen als Thema in seiner ganzen Bandbreite und ich fand es einfach sehr spannend dieses Buch zu lesen weil es einem den oftmals ziemlich unbewussten Vorgang des Riechens und Erinnern an Gerüchen und was wir ganz instinktiv ableiten anhand von bestimmten Gerüchen ganz gut beschreibt und das hat mir so ein bisschen die Augen auch geöffnet ein bisschen wie soll man sagen aufmerksamer vielleicht ein bisschen präsenter ein bisschen bewusster würde man heute vielleicht sagen durch die Welt geht und das Riechen zu einem mehr bewussteren Vorgang gemacht hat und ich denke das hat dann am langen Ende mir auch dazu geholfen die Ausbildung zu machen und mein Riechen an sich zu professionalisieren ich finde es ein spannendes Buch wer gern mehr über das Riechen und Schmecken erfahren möchte ist mit dem Buch gut aufgehoben und ich sehe es als gute Grundlage für das Verkosten von Weinern So meine lieben Weinfreunde dann kommen wir noch zum Wein der Woche und diese Woche möchte ich euch mal einen australischen Weißwein vorstellen und zwar den Yalumba Y Series Vionier 2017 diesen Wein habe ich einer guten Freundin serviert kredenzt an Silvester die mit uns gemeinsam gefeiert hat und ich habe es mir natürlich dann nicht nehmen lassen den eigenen Wein auch mal zu probieren und ehrlich gesagt ich war schlicht und einfach wirklich begeistert von diesem Wein zunächst mal aber nochmal ein perfekts Vionier ist der eine Rebsorte die wie viele andere bekannte Rebsorten aus Frankreich stammt in diesem Fall aus den Rontal um genau zu sein die Rebsorte Vionier kommt aus Contreux das ist im nördlichen Teil des Rontals gelegen und ein ganz bekannter Name der mit Vionier in Verbindung steht ist natürlich das Chateau Crier ein Weingut was eine eigene Appellation hat und in einem Weinberg der einem Amphitheater ähnelt dort Vionier at its best quasi macht Einer der ganz wenigen Top Top Weine die übrigens nicht gelagert werden müssen um optimal im Trinkfenster zu sein ganz im Gegenteil das ist einer der wenigen Top Weine die jung zu trinken sind Vionier war fast verschwunden und hat dann im Laufe der 1980er Jahre einen neuen Siegeszug begonnen und unter anderem eben auch in Australien eine neue und gute Heimat gefunden dort wird er auch gerne als Verschnitt Partner für die sogenannten Cuvées namens SMV verwendet das steht für Syrah Mouveder und Vionier diese drei im Gespann machen durchaus gute Cuvées und Vionier wird auch manchmal bezeichnet als der Riesling ohne Säure gemeint ist damit der florale Charakter mit deutlich weniger Säure als der Riesling aber das blumige florale ist ihm jetzt sage ich mal nicht völlig unähnlich aber die beiden Weine wenn wir sie jetzt nebeneinander verkostet haben dann doch relativ wenig miteinander zu tun in diesem Fall ist Vionier wie gesagt aus Australien das heißt neue Welt und deswegen ist der ganze Wein auch deutlich breiter wie normalerweise vielleicht jetzt Vionier zu erwarten ist mich hat aber die cremigkeit die wuchtigkeit die aromen die länge das florale gemischt auch mit einem etwas Holzfass Ausbau es ist ein bunter Strauß an tropischen Früchten an floralen Noten leicht würzig kommen da auch noch daher also wirklich rundum ein komplexer langer intensiver Wein den als Essensbegleiter auch eine ganz gute Figur macht und weil er ja doch durchaus kräftig ist und auch es mit dem ein oder anderem Gericht aufnehmen kann ich habe mich auch entschlossen die Weine der Woche bei mir im Webshop auf weinpodcast.de slash shop anzubieten dort findet ihr den Wein dann für 14 Euro und für mich ein absoluter Preis Leistungsknüller und als Tipp wer die blumigen floralen Weißweine gerne mag und es auch gern kräftiger mag ist hier auf jeden Fall gut bedient und wie gesagt es ist auch eine gute Alternative für einen Riesling so kommen wir schon zur Vorstellung der Weine für die nächste Episode zunächst mal die nächste Episode Nummer 23 wird am 14. erscheinen und das wird allerdings wieder ein Interview sein diesmal mit Johannes Scheid ein deutscher Winzer der in Amerika arbeitet ein Kollege ist von meiner letzten Interview Partnerin Claudia Schug und auch in dem dortigen Weingut arbeitet er ich wollte mit ihm auch noch mal über das Weinmaking an sich sprechen auch über die deutschen Wurzeln und wie es sich mit der Ausbildung in Geisenheim verhält und wir haben auch in diesem Interview noch den ein oder anderen Wein von Claudia probiert das heißt die nächste Seminarsendung wird dann WVLG 24 am 4. 4. 20 sein und dort beschäftigen wir uns dann mit biodynamischen Weinen wie gesagt auch wir hatten ja heute schon ein Demeter Wein was das genau ist erzähle ich dann euch in Folge 24 weil eben dieses Nichtschwebeln von Weinen in dieser Naturwein biodynamischen Szene einfach am stärksten vertreten ist deswegen überschneidet sich das auch ein bisschen inhaltlich aber in Folge 24 wird es dann zwei Weine mit ausgewiesener zertifizierten Bio Anbau geben und zum einen habe ich einen südafrikanischen biodynamischen Wein ausgewählt von dem Weingut Reinecke ein Cuvée aus Sauvignon Blanc und Semillon und aus dem Jahr 2017 als Weißwein und als Rotwein hatte ich mich für ein Wein aus Südtirol von dem bekannten Winzer Lageter entschieden und zwar werden wir dort einen Vernatsch IGT ebenfalls aus dem Jahr 2017 beziehen und ich stelle auch sofort die Weine schon zum Bestellen bei mir im Onlineshop ein und könnt sie dann vor bevor die Sendung erscheint schon bei mir beziehen So dann sind wir schon wieder am Ende der 22. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht ich hoffe ich konnte euch eine neue Nische aus der Weinwelt zeigen die ihr vielleicht noch nicht kanntet und ich würde mich freuen von euch wieder Feedback zu bekommen vor allem wie ihr schwefelfreie Weine findet und wie euch vielleicht die zwei konkreten Weine geschmeckt haben ganz einfach zum bestellen schaut auf meine Homepage in meinen Shop dort könnt ihr sie beziehen und nutzt alle Kanäle vielleicht auch den einfachsten Weg auf meiner Homepage über den Facebook Messenger ich freue mich wieder auf eure Fragen eure Anregungen euer Feedback wer mal an einer Verkostung mitmachen möchte kann sich gerne bei mir melden und ich beglückwünsche nochmal Isa zu ihrem Gewinn dein Paket macht sich demnächst auf den Weg beim nächsten Mal in drei Wochen am 14.3. für die Episode 23 kommt Johannes Scheidt der Kollege von Claudia Schug zu Wort ein deutscher Winzer mit Ausbildung in Geisenheim der jetzt in Kalifornien bei Claudia Schug eben arbeitet und dann wieder drei Wochen drauf die nächste normale Episode Ausgabe 24 wo wir uns dann mit biodynamischen Weinen befassen auch diese Weine sind ab sofort in meinem Shop zu bestellen ich freue mich von euch zu hören ich wünsche euch leckere Weine bis zum nächsten Mal Ciao Servus aus München euer Florian